Hast du schon eins Kappa genannt? Ich wollte Kappadorn nehmen, aber dann kam der Vorschlag Biest. Kannst du ja Kappatuck nennen? Kappatuck, ja nein. Das wollte ich gerade auch sagen. Oder Captain Falcon. Lass mal eine Chat-Abstimmung machen. Captain Falcon oder Kappatuck. Die Feinden finde ich jetzt am besten. Kannst du ja Strapple machen. Ja darum, darum habe ich ja gesagt hier, äh, Zuschauer sind erscheinen. Captain Falcon klingt recht gut. Wurde sogar passen von dem Aussehen her von Abituck. Oder wir nehmen Kappatuck. Damit unser... Damit du wirklich richtig stehst. Sehst du, wenn das Licht ankommt? Damit unser freundlicher Lupi auch mal. Kacki mach es nicht gut. Nein, das ist nicht gut, Alf. Okay, ich würde jetzt sagen, eine Stimme für Captain Falcon und eine Stimme für Kappatuck. Die nächste Stimme zählt. Was findest du besser, Leon? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie finde ich alles gleich gut. Du, 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 du. Nein, ihr nennst nicht, Kacki. Nein. Ist mir egal, ob du die Ply-Leitung bist. Aber Alf, wir wollen die Zuschauer entscheiden lassen. Und du bist ein Mod und du bist der Leiter von Ply. Aber wir brauchen jetzt trotzdem mal eine Entscheidung. Also wenn... Los Martin, sei kreativ. Ja, gut. Äh. Wenig hat es entschieden. Ich wollte gerade sowieso sagen, da wir schon Tavi genug Namen entscheiden lassen haben, nehmen wir mal von jemand anderem Namen. Also nehmen wir... Kappatuck. Alter, warum Kacki-Mach? Das ist so bescheuert. Kannst dich ja selber Kacki-Mach nennen, Alf. Oder eine von deinen Katzen umbenennen in Kacki-Mach. Kappatuck. Oder so. So. Nice. Seht ihr, wo wir hier sind? In Azurja City. Ja, wir sind in Azurja City. Ich mach kack. Du machst Kacki in unserem... Damit leben müssen wir nicht. Das stirbt wahrscheinlich nicht schneller als du denkst. So. Missy, ja. Es ist 0 Uhr. Leon müsste, glaub ich, langsam auch mal schlafen gehen. Ah, ich stelle mich hier zwischen dem Schild und der Arena, äh. Sim. Ja, genau. Und vor Gary und vor Missy will ich erst mal greiten. Weil das nicht so einfach wird. So, ich hab das Spiel gespeichert. So. Jetzt machen wir aber die Verabschiedung, wie ich es hier haben wollte. Ja, wir müssen das Kappertor, ja. So, da haben wir es. Unseren Ehrengast. Was? Ja. Unser armes Pikachu, das vorhin verstorben ist. Zwar bisher unser einziges Opfer, aber... Es ist schon schade, um das arme Pikachu. Aber... Lässt sich nichts dran ändern. Ähm... Ich hätte es gern noch länger verhalten, weil Pikachu eines meiner absoluten Favorites ist, aber... Kann man halt nichts machen. Das Leben geht vorbei. Genau wie Pikachu... Gestorben ist. Das arme, arme Pikachu. Warte mal, wie hieß das nochmal? Achso, Victor. Ja. Angel farm. So. Aber... Ich würde sagen, wir verabschieden uns mit diesem Bildschirm und dieser wunderbaren Musik. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal streamen werde, also... Bleibt auf jeden Fall dran bei Ply. Ähm... Möchtest du noch irgendwelche... Abschiedsworte sagen, Leon? Ja... Also mir hat es Spaß gemacht, hier der ganze Stream und hier mit zu moderieren. Oder, ja, hier Co-Kommentator zu machen. Und... Auch bei dir zuzugucken gleichzeitig. Ich war ja auch ein Zuschauer. Und auch das mit dem Chat und, äh... Dass hier so viele Leute dann... Hier, ähm... Sich mit uns unterhalten haben. Ach, das war alles toll. Heute der Stream. Ja. Leon ist übrigens, äh... Jetzt reserviert für jeden Pokémon-Stream von mir. Alleine, weil er mein Rivale ist. Und jetzt hat er die Pflicht zu kommen. Ja. Gute Nacht, Tavi. Und... Ja, gute Nacht an alle Leute. Mein lieber Lupiok, wir sehen uns morgen. Und dann, äh... Und dann, äh... Reste sehen uns wahrscheinlich noch nachher, die von unserer Play-Organisation kommen. Ansonsten... Ähm... Ich glaube, wir sollten am Ende jetzt noch ruhig sein und die Musik kurz auslaufen lassen. Aber... Gute Nacht und... Noch viel Spaß bei uns in Streams. Sag tschüss, Leon. Ja, gute Nacht an alle. Und... Viel Spaß noch. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020